Hallo ihr Lieben, wie ihr vielleicht wisst, habe ich, Verena Stolfer, das letzte Jahr viel Blutschweiß und Tränen und meine gesamten finanziellen Reserven in den Bau unseres Reitstalls gesteckt. Und nun stehen wir aufgrund des vernichtenden Hochwassers vor dem Aus. Aufgrund einer unangekündigten Aufgrabung eines Hochwasserschutzdammes wurde das gesamte Areal ohne Vorwarnung geflutet. Die Pferde, und das ist das Wichtigste, konnten im letzten Moment in Sicherheit gebracht werden. Und alles andere, Maschinen, Geräte, Stallungen, mussten wir jedoch ungesichert zurücklassen. Und für den Wiederaufbau braucht Verena jetzt schlicht und ergreifend Geld. Und wir sind ja eigentlich oft harte Knochen und so. Und ich glaube nämlich tatsächlich, aber in solchen Fällen, da ist dann auch dieses, naja, es gibt ja staatliche Hilfen, es gibt ja Versicherungen. Also es gibt manchmal so Situationen, wo man einfach schnell Geld braucht, unkompliziert. Und aus dem Grunde, Jenny, würde ich sagen, unterstützen wir das, na klar, mit vollem Herzen. Weil, ich sag mal so, da ist dann, also irgendwie stellt man dann so fest, die Welt ist dann doch irgendwie klein. Weil auch so dieses Gefühl, gerade einen neuen Stall bezogen zu haben und zu sagen, jetzt ist das schön, da wird so ein kleiner Traum wahr. Also gefühlt ist einem das so nah, oder? Also so ging es mir zumindest so. Ja, absolut. Und es tut einem total leid, weil man, ich glaube, man kann es nicht so nachvollziehen. Aber wenn man sich es vorstellt, auf einmal steht man vor dem Nichts und man hat, man hat alles investiert, alles was man hatte und das ist auf einmal weg von, von jetzt auf gleich. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schlimme Situation. Deswegen, also so ein paar Euro hat, glaube ich, jeder so übrig und haut rein. Das ist, glaube ich.